Hallo liebe Freunde, hier ist der Nikolas und wir sind hier am wunderschönen Bodensee in Süddeutschland und unsere gute Freundin Rita aus Kalifornien hat uns gebeten, euch ein Video zukommen zu lassen mit Gründen, warum wir Jesus lieben. Zum einen lieben wir Jesus, weil er uns gelehrt hat, dankbar zu sein für das, was wir haben. Die Auferstehung von Jesu war auch sehr wichtig, denn die Auferstehung Jesu legt den Grundstein unseres Glaubens, dem Christentum. Außerdem hat Jesus uns beigebracht, anderen zu vergeben. Für Jesus sind auch alle Menschen gleichwertig, egal was diese Menschen getan haben, was für Charakterzüge diese Menschen haben, für Jesus sind alle Menschen gleich viel wert. Ein weiterer Grund, warum wir Jesus lieben, Jesus hat nie die Hoffnung aufgegeben und uns beigebracht, auch niemals die Hoffnung aufzugeben. Egal wie schwierig eine Situation aussehen mag, mit unserem Glaube werden wir es schaffen, diese zu meistern. Schön formuliert, Elin. Und das waren ein paar Gründe aus Süddeutschland, warum wir Jesus lieben. Ciao liebe Freunde!